alle und willkommen zurück zu einem weiteren Ort und hier ist nichts mehr dann gehen wir jetzt mal hier weiter und da oben wandert jemand wenn jemand landet dann will er meistens nicht kämpfen zu sicherlich wir sehen schon mal das richtige aus falls er Steinkommen hat und will zu kämpfen haha natürlich will ich kämpfen Fick das ist kein Problem für meine Antwort und wir machen ein Level Stein Pokémon geben viel Erfahrung das ist Rapid Spin ok was ist das es ist normal es sind 40 und 2 2 äh kenn ich das naja es sieht schwach aus also lassen wir es weg ok komm mal den kleinen Stein kannst du gerne reinbringen wir töten es wieder haha mach holo die wenn ihr folgert das ist besonders mit die 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 verfolgen obwohl ich überlegen gar nicht die Schaufläche Orson auch um den den 6 das ist besser der aus das bringt Lern die die Ja ich habe die Ferne geschlagen was haben wir hier Börl hier Siefern Börl 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 Brum Geräusche Börl aus Gut wir sind in Routes Zähne und hier ist ein Pokémon Center auch gehabt wieder eine Höhle eine hier bringt es gar nicht wenn ich jetzt hier umlang geht ja genau hier brauchen was denn später werden wir glaube ich noch mal hierher kommen wenn wir ein Leger-Dienst-Pokémon haben wollen aber dazu ist später Du okay Du du ihr könnt ja auch in den Kommentaren schreiben soll ich die legendären Pokémon die drei also Arctus, Zapdos und Labattus hier fangen also Mewtwo fällt sowieso schon mal aus weil von Patch her das gar nicht klappt ob Arctus, Zapdos und Labattus klappt weiß ich nicht aber ich denke mal schon und ja schreibt einfach in die Kommentare ob ich mir die Mühe machen sollte zu fangen weil ich glaube sowieso nicht dass ich die wirklich benutzen werde ich würde sie halt nur zeigen und fangen aber naja ist euer entscheidender hallo auf Facebook hallo auf Facebook hallo auf Facebook hallo auf Donnerwelt dummes Vieh was ist ein Clefairy das bringt das ich hatte sowieso heidi hallo auf Donnerwelt ja traint oh mein Gott du ein blablabla blablabla so so und zack ja und oh Gott Höhle ich hasse Höhlen der Stein Tunnel Stein Tunnel okay ja hier sich blitz gebrauchen aber sowas von der hätte ich es gebrauchen kann oh Gott habe ich Schutz habe ich Schutz ja ich habe Schutz okay es gibt no no ok hier geht es aber nicht lang hier geht es lang eine Wasserstelle oh Gott ich hasse es wenn ich nicht weiß wo ich lang gehe ok oh mein Gott ich habe Schutz gefunden hier jetzt nicht lang hier geht es aber lang und ein Trainer Pokémon Pokémon Fight! Ready! Go! so oh mein Gott ein kranker Pokémon 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 nachsteig ich jetzt wieder auf ich will aber jetzt nicht zu das ist ja hoff es hoff es Zlo woanders stenk schmerzen ich glaube es ist lacto das ist ja schreit ich würde wie ich es so gar nicht aus der Welt aus St sein scheißes Fickmann ist voll Sturbs jetzt mal danke die Elbe Zordos nicht und ich sitze einmal sie wird kälschen ein nur schnell aufweisen so zack zack und weiter runtergehen ich habe es ist wenn ich nicht weiß wie ich gerade bin ich versuche mich an den Wänden zu orientieren jetzt tiefer rein auch wenn ich jetzt nicht alle Trainer oder alle items hier finde das ist mir eigentlich schnuppig will hier nur durch den Tunnel durchkommen mein Gott im Kampffrall im Strich 2.0 Euro ich zuhause wird zocken was spielst du das stimmt jetzt ja und nicht es ging sich ja sehr effektiv in den Neuern das sieht jetzt nicht unbedingt zu den Neuern wenigstens gab es ist das schon Schürzer aufgehört Schürzer wieder eingesetzt und jetzt nicht zum Glück gibt es hier keine Willen-Pokémon wegen Schutz das ist schon eine große Hilfe ein dauernd auf dem Kamm hier bei einem Weg ich bin ja auch zum ersten mal aber ich kämpf trotzdem macht nichts draus verliere einfach what the fuck ja die Teckel müsst ihr was bringen oh Teckel brinke so viel und schlafen da auch noch oh mein Gott wir haben uns einschlafen lassen oh Gott man komm jetzt einfach nur Fick also ja das hilft dir nichts das hilft dir nicht stirbt so wer kommt jetzt Bulbersau ey dieser Sam dieser Sam sieht so scheiße aus oh mein Gott der Drankenhieber gesetzt und der ist tot und ich mach schon wieder ein Level oder nee doch nicht oh I lost oh I win Warte war Kiosk oh Gott ey Fritz hier bei euch lang m und umwissenschaftler hallo wie geht's hier ich hab' ein Oh mein Gott cosplay hatte da eben was cosplay geschrieben ich halte nicht für nein danke ah was ich schlafe immer noch nicht nach einem Kampf macht man nur schlafen ist das wohl erst bei den Neuern oder ist das gar nicht? Vielleicht haben sie das ganz heftig gehört? Stimmt schon! Jetzt hab ich nicht gesehen, was er jetzt ist. Ah ja, geht ja immer noch! Scheiße! Oh oh! Töten, töten, töten! Nicht töten! Aua! Knochenkeule! Ah, selber bläckt! Nein! Töte! Töte! Das war pretty awesome! Hey, he's Steve! Cool! Ich will aber nicht so ein Freak wie der sein! Das wär einfach nur schlecht! So hochschlecht! Schlecht! Okay, weißt! Was zum... Oh! Mal Pokémon Technik! We really will cry! Ah, seine Pokémon Techniken lassen mich weinen? Ja, klar! Mit einem Kleinstein Level 25 erreicht ihm alles in deinem Leben! Das anders den Tod! Und ich erreicht damit ein Leveler! Okay... Wo Trainer aber immer sind, scheint der richtige Weg auch zu sein irgendwo! Scheiße! Das ist nicht gut! Wieder neu einsetzen? Nein, ich will nicht auf meinen Namen klicken! Boah, ich hab eine Faust! Ich bin so cool! So... 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 Und weiter gehen! Oh! Falsch, dass du eben gedrückt! Oh! Cool! Lo 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 lo! Ah! Was zum... Oh! So... This tunnel goes a long way, kid! Heere! 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 Offentlich habe ich jetzt nicht wieder einfach die Leiter zurückgenommen! Und das wäre ja voll fail! Nein, ich will nicht wechseln! Ich will die einfach alle wegbetteln! Zack, 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 zack! So... So... Hier nochmal... Kleinstein nochmal töten! Zack, hier alles! Unmieten! Alles cool! Noch keine Chance gegen mich! Aber ja, das habe ich natürlich nicht gelesen, dass er noch allein wird! Aber egal, er stimmt trotzdem! Tja, ja, ja, ja! So ist das Leben! You win! Ja, ich weiß! Ich bin groß! Okay, unten geht so auch noch lang! Gott, ich hasse diesen Tunnel! Ich hasse diesen Tunnel! Ich hasse sowieso alle Tunnel! Tunnel sind immer doof! Dann haben wir weniger in den nächsten Jahren... Wie oft setzt sie noch Kleinstein an? Ganz an Drehend, Leute, ne! Weil er mit dem Quest ist. Aber dachten kann! Was ist ***... Ein... Das hat ja auch keine Chance! Okay... Okay... Gezielang, 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 hier geht es mal! Sieht schon gut aus. Oh Gott, ey. Langsam nervt. Oh, Mädchenmucke. Do you know how you can avoid getting lost in the mountains? You can bend tricks as trail markers. Oh mein Gott! Ich weiß noch gar nicht, was du gerade gelabert hast, aber du hast den Pumelo und das wohl sichteln. Ah, du bist jetzt ein Taubst. Cool, dann kann ich ja. Ja, ist ein Taubst. Thunder! Was, du stirbst nicht? Oh mein Gott. Pikachu, du bist echt ein Fail. Was war das jetzt immer für Pokémon? Pokémon. Ich seh jetzt einfach Minky ein. Ah ja, Maoti, okay. Das ist doch perfekt für Minky. Und tschüss. Okay. Irgendwo hier muss doch der Ausgang sein, Mann. Oh Gott! Haha! You can beat me! Can you beat my power? My awesome power! Ach, wie oft noch, ey. Mit euren kleinen Steins kommt ihr nicht weit mit meinem Schillock. Gott, ey. Ihr macht es nur noch stärker und dann wird es noch schwerer, es zu besiegen. Trottel. Noch so ein Georock. Keine Chance hier. Wir machen wieder ein Level ab. Mann, ey. Ich hab ja schon fast einen Turt-Tog. Gott, ey. Ihr seid solche Trottel. Nein. So wie der Schutz aufgehört hat, hat auch der Part aufgehört. Verdammt. Naja, ich würde sagen, ich setze erneut ein Schutz ein. Ja. Und beende den Part. Also, in der tiefsten Dunkelheit machen wir im nächsten Part weiter. Ich fühle mich fast wie Minecraft irgendwie gerade in so einer dunklen Höhle. Nur, dass ich keine Fackeln habe, um es heller zu machen. Fuck. Naja, egal. Also, Freunde. Ciao.